Du möchtest wissen, was nach dem Tod passiert? Schau, wenn du wissen möchtest, was nach dem Tod passiert... Vielleicht ist es Zeit für das Leben, zu viel vom Tod. Nein, weißt du, wenn du nicht gewillt bist zu sterben, kannst du nicht leben. Jene, die nicht sterben wollen, können auch nicht leben, nicht wahr? Genieße das Leben. Genieße das Leben. Das kannst du nicht. Wenn du weiterhin denkst, ich will nicht sterben, dann kannst du nicht leben. Ich bin gewillt zu sterben, wenn der Tod kommt, nur dann kannst du leben, nicht wahr? Man kann nicht das eine leugnen und das andere haben. Nun, Tod bedeutet, jetzt sagt sie, warum Tod, lass uns das meiden, warum über den Tod reden, weil das Reden darüber selbst Angst erzeugt. Sie haben dir gesagt, du solltest nicht einmal das Wort Tod in deinem Haus aussprechen. Nein, im Allgemeinen haben sie dir gesagt, du solltest nicht einmal dieses Wort in deinem Haus aussprechen, nicht wahr? Denn wenn du nie das Wort Tod aussprichst, wird der Tod dein Haus nicht aufsuchen. So eine dumme Hoffnung gibt es. Wie auch immer, er wird dich aufsuchen, ob es dir gefällt oder nicht gefällt. Heute oder morgen ist die einzige Frage, nicht wahr? Ja, ohnehin wird er dich aufsuchen, also ist es besser, ihn anzuschauen. Es ist besser, ihn zu verstehen. Es ist besser, sich ihm zu stellen. Es ist sehr gut, wenn du darauf vorbereitet bist, nicht nur mental, auf jede mögliche Weise. Nun, was der Tod bedeutet, wenn du wissen willst, was es ist, solltest du zuallererst wissen, was gerade mit dir geschieht, nicht wahr? Aber im Moment ist das Problem, dass du nicht weißt, was gerade mit dir geschieht. Du weißt vielleicht, was zu einem gewissen Grad mit deinem Körper geschieht. Du weißt vielleicht, was mit deinem Verstand geschieht, aber du weißt nicht, was mit dir geschieht. Wenn du sagst, das ist mein Körper, das ist mein Verstand, dann bedeutet das, dass du noch hinter diesen beiden bist, nicht wahr? Allein die Tatsache, dass du sagst, mein Verstand und mein Körper, bedeutet, dass es etwas jenseits dessen zu geben scheint, was du als Körper und Verstand bezeichnest. Dieses Etwas ist noch nicht in deiner Erfahrung. Wenn du also jetzt hier bist und die Frage stellst, wenn du nicht weißt, was mit dir geschieht, wie könntest du dann etwas wissen, das geschieht, nachdem du deinen Körper abgelegt hast? Wenn ich dir jetzt sage, schau, nach dem Tod wird dein, was auch immer, verschiedene Namen, Atman, Paratman, was auch immer du bist, das wird 3000 Fuß aufsteigen und dann wird es sich dahin bewegen, dann wird es in den Himmel gehen, dann wird es in die Hölle gehen. Auch wenn es wahr ist, was dich betrifft, ist es nur ein Märchen, nicht wahr? Ja. Selbst wenn das, was ich sage, die Wahrheit ist, was dich betrifft, ist es nur ein Märchen. Märchen unterhalten dich nur, sie werden dich nie befreien. Sie können dich nicht befreien. Also, im Moment ist das, was du bist, gesund und munter. Jetzt, wenn es gesund und munter ist, musst du tief in dich selbst schauen und erfahren, worum es hier geht. In dem Moment, in dem du erfährst, worum es hier geht, nicht nur das Leben, das Leben, der Tod und das Jenseits, alles ist kristallklar für dich. Weil du das nicht kennst, sind all jene Dinge, du weißt, schon unzugänglich geworden. Wenn du nur diese eine Sache kennst, ist alles für dich klar. Wenn du weißt, wer du bist, aus Erfahrung, ist jeder Aspekt des Lebens und darüber hinaus für dich kristallklar.